Guck mal, hier vorne sind portugiesische Bäume. Diese portugiesischen Bäume, die sind hier so abgeholzt und sowas. Als ob die die Vorhaut verlieren. Hier sind noch mehr von diesen portugiesischen Bäumen. Die sehen alle so aus, als ob die ihre Vorhaut gerade verlieren. Und die Luft, die Luft ist richtig geil. Obwohl das so eine wunderschöne Temperaturen sind, so eine richtige, voll cool, die Dreischärferungstemperaturen, ist die Luft überhaupt nicht schwül oder so. Sondern total angenehm. Und dann guck mal, das hier, das ist Jakobsweg. Mit dieser Jakobsmuschel. Der führt hier direkt durch. So, wir haben hier einen Kiosk gefunden. Und hier kostet ein Bier, ein Euro. Jetzt haben wir gekühltes Bier. Die, die uns beim Kiosk gerade bedient haben, die können kein Wort Englisch oder so. Und man hat Englisch nicht auch scheiße. Deswegen musste man sich mit Händen und Füßen verständigen. Und hier, hier wachsen überall hier diese komischen Palmen rum. So, der Herr Goldmann möchte ein kleines Feuer hier machen. Ja. Direkt am Fluss. So, jetzt brennt Feuer. Das ist Dave Goldmanns Feuer. So sieht das aus und nicht anders. Genau so sieht Dave Goldmanns Feuer aus. So, jetzt brennt Feuer. 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 Tschüss.